ja hey willkommen mein abends dann die rolle und ich begrüße euch zurück zu let's play dragon box 2 in der letzten folge haben wir glaube ich gegen den super starken zur sache gekämpft oder weiß ich gar nicht mehr quatsch wir haben ich habe nur eine folge aufgenommen deswegen weiß ich ja nicht wir haben parallelquests gemacht in der zukunft und ja anscheinend sind er uns rausgekommen heute oder einen anderen tag davor und ja im hauptmenü konnte ich jetzt auswählen ob ich installieren wollte dann wurde zum playstation network hingeleitet aber da war noch nichts zu unterladen also ja komisch irgendwie und ja dann wurde nur irgendwann gesagt hat freezers armee konto und city zufällig angreifen kann ja okay aber was soll es bekommen wir uns erst mal hier und das ding der super böse namen kann ich bei der böse super namen kann da gab es dann können ich verwendet werden super destrukture ist okay ganz tiefen unter gedankt rollbart wir machen jetzt schon die als die charaktere ich habe noch nichts runter ich habe den season pass weil ich die limited edition glaube ich die nächste habe ich und ja sind jetzt hier schon nein jetzt noch nichts nein ist noch nichts gut was ach ja ich kann da noch nicht und ja da ist das season pass und soweit alles dring gewesen und deswegen ja wieder glaube ich automatisch runterladen ich muss da kommen wir ja das machen wir als spiel da geht der meteor schlag eingepackt hat ist glaube ich so eine gute attacke mir glaube ich nicht so gefallen da ich mal sehen wie das schwer sein soll und wenn wir jetzt hier fünf leute sechs leute die auf den losgehen ich dann noch mal machen ja ich muss ihnen einen leichten schlaggebende ich habe gemerkt die musik ist ein bisschen leise deswegen habe ich ein bisschen höher gestellt hier wird merkt man man hat mir ja ich vielleicht mal auf den konzentrieren ich war mir nicht in dreifachen zu verzeiht und verwandeln danke so kann man sich einfach so so verwandeln wir sind ja eigentlich weil ich konzentriere mich auf den ja nicht so schwer sein und sagt so lange er kaputt ist ja eigentlich egal wer ihr eigentlich da gedankensvoll ist ja jetzt keine gedanken drum nein jetzt bin ich gedacht und kontrolliert ich meine doppelgänger oder so besiegen ich bin jetzt bin ich hier eine dazu kann es mit mir aufnehmen bin ich man bin ich schwach da war es man ja so lange gedanken kontrolliert mein gott alle sind sie durch mache ich mal alle aufwecken wenn es geht niemand ist hier weil sie mich verarschen das war ja nicht der weg wie dem ober ist mit allen gedankenkontrollen oder irgendwie so sind da auch mit dem kopfmann war war wo bist du schmecken du weil er kann keine kapseln einsetzen man auf mich losgehen und wir wieder zu ich war muss das jetzt ein auch mit dem scheiß mann und den ja auch baden schon wieder diesmal passen wir auf die schnelle kaputt als du meine leute hier mutisieren kann es dazu auf den anhand naja jetzt greift er nicht natürlich also ich mal verteidigt habe du besser geh weg von mir ich kann mein haus von hier unten sehen warte ich bin ich werde stärker wenn ich aus dem tod zurück her ich hoffe uns dahin hallo den ja ja mann naja das gibt es ja auch mit zu verarschen er frist hat da hätte ich so schwer heute haben wir ja wochenende machen ob ich kaufen kann jetzt aus diesen shops mit meinen seni punkten oder z mützen ort weil sich gerade mützen gesagt aber das ist mal schwer irgendwie eine zu finden von diesen dingen an ich finde immer erst auf screen ist ein bisschen komisch da wirst du er noch war ich hatte so schwarzer kraft zuerst damit wäre ich besser naja dass mich der eine geben sollte mit hallo denn so spaß so war mal nach 18 oder so oder unten macht die 18 glaube ich und mal los lag immer mal neue meister hier ausprobieren okay wenn ich bei denen schon mal als meister freischalten oder 18 oder satan glaube ich song gohan wieder go things weil ich die schon mal ausgehen irgendwie weil sie nicht trainieren noch zunächst prüfung solchen damit jemanden treffen super schläger 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 schlag super science hat da geht früher schon wieder ein ab ging ja habe ich glaube ich schon auf maximum wenn jetzt die am schuh und gemio im moment man kann gemacht gegen irgendwie verdammt schnell weiß nicht wieso ja heiner hier war es gut gegen mich schlagen ein guter fund muss ich sagen okay ich werde ich persönlich trainieren bevor ich meine armee anschließt das wird ein spaß haha sind neue jetzt war die die ich schon gemacht habe das ist noch nicht schwer da ist mir so satan hey was geht hey du da schon als ein paar schöne starke muskeln zu haben bei diesem guten amt ausgangsflug möchte ich dann möchte es dir wirklich vergeigern kein gutes ergebnis zu erzählen egal ich habe nur so von mir hingemorten wie mir ausscheinend wie mir aussieht scheinst du ziemlich auf deine gesundheit zu achten so habe ich neu ich kann für dich heute ist ein glückstag mein freund ich der weltmeister mit satan hat ein völlig neues fitnessprogramm entwickelt satans kampf 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 kraft konzept und ich bitte dir gerne mein persönliches training an hey du redest nicht hast du mir überhaupt so hey ist also endlich mut auf macht mir zuzuhören es gibt keinen grund eingeschüttet zu sein ich weiß ich bin bin total berührend und so trotzdem bin ich ein ganz normaler typ so wie du in meinen lektionen werden wir kampf durch den nutzen um deinen körper auf unterhaltsame weise zu trainieren willst du auch fit sein und mich besser finanziert vorher richtig natürlich auch absolute anfänger und sind willkommen wir fangen mit den grundlagen an dass man ein probetraining seine schüchtern versuch es einfach mal okay deiner mieter kopf wenn der geil wieder in bolo k1 noch wirklich explodiert ist wenn man ihn eingesetzt hat sonst wäre der angriff irgendwie stark bewirkt einen schwachen nahkampf angriff hat hat er hat ich will meinen angebot werden dann ebenso genau so gleich wollte ich gerade sagen so glück als wirst du bei mir überlegen ja parallel was gemacht aber dazu gehe ich darauf gehe ich erstmal ein wenn wir wieder welche machen was wahrscheinlich im nächsten part zu sein wird mal schauen dass wir die aufnahme noch nicht schlecht gar nicht schlecht aber du hast es noch nicht ganz geschafft was ein ausgewogene ernährung kann wirklich betätigung und den besten trainer weiter bei ein großartiger trainer wie den weltmeister ist er sagt er zum beispiel und ja ich bin noch nicht fertig ist mich wieder hey okay später mehr dazu mal jimbo kommst du dann aus deinem haus aber wer bist du ein soldat und du schmecken gut du gar kein essen dann dobo egal sein aber du musst dich auch sehen wo egal wer du sein spielen wir was wir zu spielen verstecken abklatschen wir können auch fangen spielen oder wir spielen einfach alles nur mit kämpft spielen du siehst ziemlich stark aus das dürfte lustig werden kommen wir spielen wir spielen und schutz kann steht aber nicht die freischalten kann nicht jetzt schon machen kann ist doch schon war ich doch doch vergiftung okay ich werde abgeworfen es hat eine schule angriff also wenn ich verbracht ein key ja oder solange ganz angeblich aber kann ja wohl werden auch nicht super wohl er hatte wesens war dem herrn also fett wo ich was aus dem machen dragon ball set up rich du bist richtig stark wo schon lange nicht mehr so viel spaß gehabt spiegeln mit der boh wittig unterrichten das ist für das ist heute alles müssen sagen kann sich warm anziehen beim nächsten mal spielen wir weiter ja sagten wir irgendwo ja was willst du noch mal sollte also trainieren richtig kann ja mal als ausprobieren schützt sie ist aber auch eine benötigung für mich drin okay wir haben wir schon angesprochen anscheinend aber noch nicht weiter gemacht weil ich ausgehen wieder die beziehungen hochschrauben und so im form ist das gehen kommen kommen kann da will ich sehen auch cool das kann sich gut treffen okay das war ich nicht nur schlechte idee die attacke 1 nehmen jetzt mal getriebe sein ab ob ihr tag nämlich so rein weil ich tue schon so irgendwie sehr viel physisch angreifen deswegen kann ich irgendwie meine physische spezialattacken hier rausnehmen weil ich schon so viel im nahkampf gehen wo ich nicht noch ein schlag angefordert so ganz ruhig freue ich nicht so sehr das ist ganz einfacher kram ich werde ich weitest du bist stärker wenn das ist hier schon bis was meinst du klingt doch gut oder so funktioniert das normal kommen einfach hier und die mir bescheid wenn du trainieren möchtest okay die mittag hat eine gute treffe kota ist auch gefühlt deswegen machen wir die bauereien nur das ist ein super oder sie braucht mehr als eine normal wo ich auf dem märche anfügt über bessere zielverfolgung das können wir mal ausprobieren dabei die alles wir haben schon wieder und da haben wir schon die erziehe meine gute wie viele sind das schon okay sind ganz schön viele ich doch alle nie im leben wo denkst und zum wohnen und wiederhelfen noch wirst du wenn wir jetzt haben zehn expertenmissionen abgeschlossen jetzt war ganz wichtig dass ich besser bin als du für mich gibt es keinen zweifel aber diesmal kann ich euch ansprechen du bist ein zweiter oder die kaioschina zeiten alles würde ich erzählen mein name ist von gohan und das ist wieder schön dich kennenzulernen wir glauben dass wir dir helfen können dein wahres potenzial zu entfalten was er immerhin zum wohnen und ich dich beide unterrichten also dust zu rasch einiges lernen und bist du interessiert du musst dich sofort entscheiden denk einfach darüber nach diese unterricht bei uns nehmen na klar fangen wir sofort an so einen moment du bist nicht einfach kannst nicht einfach so ein unterricht beginnen müssen erst mal stärker anschauen vergessen ja stimmt danke dass ich daran erinnert hast also zuerst mal ein einfaches ist eine beides können wir sofort anfangen sie ist aus jo adler kick okay dann sagt man ja da glaube ich sogar nicht schlecht die attacke wenn ich mit ihr wenn ich mein angefühlt wie aus ich meine angefühlt wie ausprobieren ein priest schuss sabon in mir aber muss ich auch noch ja auch noch dass man auch gothens wenn ich keine ahnung wo gothens ist kann ich glaube wie stark du bist du hast auf jeden fall bestanden habe ich sogar vollkommen zeit gelegt du bist wirklich stark und da kommt es bestätigung von den unbegrenztes potenzial du weißt du mir jetzt kann auch kann aus dir ein wirklich starker krieger werden wenn unser schule dann helfen wir dir dein waches potenzial zu entfalten bocker dann werde ich ein langweiliger doktor oder studenter professor aber doch immer langweilig ist geworden ist aber macht sie ist irgendwie nicht aus ich habe nichts zu essen ach da werden sie sogar verkatern gezeigt die dinge dann macht es ein bisschen einfacher mit ausbewerben wo könnt ihr ein ausbewerben sein wenn die gothens seien da ständchen sind abgeschlossene ausgeladen das ist alles ich hätte nicht erwartet ja ein kameraden beim weg zu laufen ich bin teils und ja ich bin auch anzeigen möchtest du mich hier anschließen das kannst du tun du kannst tun was du möchtest können zerstören leckeres essen genießen alles trinken was du willst ich habe mir kein besseres leben vorspielen hey du brauchst nicht so viel so abweisend sein werden zu den letzten zeiten im universum wir sollten feinde sein ein wunderschöner pflegte dieser wird austrocknen wenn du wenn er macht beim wurzeln schlägt es wäre um einiges was wenn du mit mehr games dieser crash armee beiträgt genau so jemanden habe ich gesucht kämpfe gegen mich und zeigen mir was du drauf hast ich kann dir zeigen ob du das zeugte so als in meinen reihen aufgenommen werden wenn das so gut ist wie du aussieht werde ich bestimmt gute werden wir bestimmt freunde hat er mich gerade angemacht letztlicher stürmer geht es habe ich jetzt gar nicht schon gedacht dass man genau noch als meister haben kann wie auf gotings die ganze zeit fokussiert hier ich muss ja immer noch gotings suchen möglichkeit auch mal noch mal eine angeklaufen werden ich glaube ich brauche zwei külak aber zwei külak ob das steht auf mich lange wissen schlecht erinnert mich an diese raketensalve von gotings ja wenn ich richtig eingeschätzt könnte ich gebrauchen also du musst jetzt du musst jetzt doch nicht entscheiden ob du diesen planeten verlassen willst aber immer musst du gehen ob es dir gefällt war nicht wenn die zeitreif ist kannst du mir durch den raum reisen und deine siege genießen denkt drüber nach und immer noch gotings suchen war man aber zählt weil sich das wort slag dann war mal so geht sogar ein bisschen stöller ich würde sagen wo ihr jetzt gar keiner dann alles sind aber das ist ein satan da ist wo da ist 18 das gott sind wir auf dem gebäude ich glaube ja sieht so aus karte gotter zerstörungen bin sie hat dann kann ich bestimmt noch nicht was soll das du bist ja der zeit oder so sieht man sich wieder und du bist nicht auch ich brauche mich hier bin natürlich um mich zu trainieren der hatte kann ja schön bleibt mich dir zu helfen und aussehen kann man so wunderbar zeit tot schlagen dass er nach meiner technik aber ich kann sie leider nicht jedem beibringen wenn du meine technik musst du ihr eine stärke in eine prüfung beweisen natürlich sind bisher alle die es versucht haben kläglich gescheitert sie hatten keine chance und kein talent was mit dem geschalten passiert ist sie sind noch am leben glaube ich und wenn sie versuchen du siehst aus du bist du mich komplett langweilen jetzt mit den hofzüchern aber gut ist ja immer noch gotings war wird gotings nie im leben ausgehend viel zeit irgendwie ein bisschen ganz meister zu kompletieren was ich überhaupt mache ich kann die meine dinge einsetzen ich habe nie mit diesem angefangen der bruch ok schlecht ich habe mich ob jetzt irgendwie so stark geboren wurde oder auch wirklich knüppel hat die er tat um so stark zu werden wie er jetzt ist wenn wir alles irgendwann herausfinden ob ich ja da 160 folgen oder so geplant von springen war super gut so stark und zumindest sein um ein schüler zu werden das ist entschieden du kommst regelmäßig zu mir damit ich die turniere aber wirst du dich nicht entwickeln wenn ich dich ständig beobachten würde überlege dir wie du neugelernte technik einsatz hat und wende sie im kampf an ja hier ist noch jemand spielt da jemand der luft ja gott gesagt bist du ja endlich boah hey du da das sieht echt gut aus ja ich weiß schon du bist stärker werden oder und damit das klappt suchst du einen super stark und genialen lehrer habe ich recht ja heute muss dein glückstag sein im ernst du hast den jackpot geknackt denn ich der große gott ist ja das geniale tränen dass du verdienst du kannst du komm mal warten gut jetzt wird es interessant so jetzt wird mir eine kampfmaschine aus der machen das wollte ich sagen also jetzt muss ich dich testen um zu sehen ob du notwendige fähigkeiten für meine techniken besetzt eins kann ich versprechen meine super speziellen technik absolut einzigartig bist du bereit an los jetzt kapitel jetzt schon nicht donat hier galactic donuts und so direkt die kamikaze attacken da sind die super groß kamikaze attacke ja lass mich doch mal ja 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 das ist nicht ein bei den lehrern tue ich kein respekt entgegen bringen außer bild wenn ich den keine respekt entgegen bringen bringt er mich um aber nur das ist irgendwie selbstverständlich jetzt haben wir ja wohl auch nicht alle meister oder nicht schlecht nicht schlecht was ein gewisses von der zahl gefällt mir recht sein ist mir extrem langweilig war keine meine anspruchsvollen training mithalten kann keine sorge dann unter mit jetzt kann nichts passieren jetzt bei den siegern ich kann kommen wollen dass es losgeht na zeig mal doch mal ein verpasst poli wissen der erstmal bin ich ja sehr beschäftigt habe ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und die welche nicht alle machen so geführt wird ja ewig dauern brody satan richtig aus wie jacko unten links könnte es sein gut wieder ein ist erledigt und ja wie ich sagen ich bin die partie und wir sehen uns an dem nächsten fall auf let's play dragon box 2 ich bin gefallen hat könnt ihr mal ein like ein abo einen kommentar oder sonst irgendwas in klasse um den kanal weiter zu helfen in dem sinne sage ich dann tschüss bis zur nächsten folge